Liebe Freundinnen und Freunde, ich erinnere mich noch gut an den modrigen Geruch im Hagener Allerweltshaus drei Tage nach dem Hochwasser, an die unzähligen Turnister, die beim Kinderschutzbund nebenan im Schlamm schwammen, kurz vor dem Schulanfang, an die vielen zerstörten Wohnungen, an die unfassbaren Schuttberge. Erst vor drei Wochen sprach ich zusammen mit Thomas Kessler und Antje Grotus in Euskirchen mit einem Ehepaar, das sich im Hochwasser draußen vor ihrem Haus an die Metallleisten der Fensterrollläden klammerte, sechs Stunden lang. Ein Wunder, dass die beiden das Hochwasser überlebt haben. Es sind diese Begegnungen, diese Eindrücke, die mir immer wieder bewusst machen, warum ich Politikerin bin, weil ich Verantwortung übernehmen will, weil ich mitgestalten möchte, weil ich diese Welt zu einer besseren Welt machen möchte. Hagen, Altena, Euskirchen, Erftstadt, die Menschen in diesen Orten haben erlebt, was die Klimakrise konkret bedeutet. Sie bedroht schon heute unser Leben und noch viel mehr das Leben unserer Kinder. Umso unerträglicher ist es für mich, die scheinheiligen Beteuerungen zum Klimaschutz von Schwarz-Gelb im NRW-Landtag zu hören. Sobald es um konkreten Klimaschutz geht, bremst und blockiert diese Landesregierung. Mit der Politik der Interessesvertretung für RWE und der Blockade der Erneuerbaren muss endlich Schluss sein. Lasst uns alles dafür tun, dass NRW auf den 1,5-Grad-Pfad kommt. Wir werden in Zukunft häufiger solche Extremwetterereignisse erleben. Deshalb will ich dafür sorgen, dass wir den Katastrophenschutz noch besser aufstellen. Wir brauchen Vorsorge vor Ort mit Katastrophenschutzbedarfsplänen. Wir brauchen klare Zuständigkeiten und Landeskompetenzen im Katastrophenfall. Das Land hat die Kommunen im Juli diesen Jahres mit der Bewertung der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes schlicht alleine gelassen. Und so ein Abschieben von Verantwortung darf es nie wieder geben. Wer sich für Regierungsverantwortung entscheidet, muss auch bereit sein, in einer Krise Verantwortung zu übernehmen. Wir Grüne haben ganz konkrete Vorschläge für den Katastrophenschutz gemacht, weil wir unsere Verantwortung als konstruktive Opposition sehr ernst nehmen. Auch im Bereich der inneren Sicherheit handeln wir verantwortungsvoll. Den Wettbewerb von CDU und FDP und auch von der SPD um den größten Sheriffstern machen wir nicht mit. Wir stehen für eine rationale Innenpolitik und nicht für populistische Reflexe. Für eine Polizeiarbeit, die sich an Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit orientiert. Für Polizei und Verfassungsschutz sind die aktuellen Entwicklungen im Rechtsextremismus eine große Herausforderung. Auch mir macht die Radikalisierung der Corona-Leugner und die Verbreitung von Verschwörungsideologien sehr große Sorgen. Kassel, Halle, Hanau, die Anschläge haben uns deutlich vor Augen geführt, dass die größte Bedrohung für unsere Demokratie vom Rechtsextremismus ausgeht. Unsere Antworten darauf sind eine bessere Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden, der Ausbau und die Absicherung von Beratungsstrukturen, mehr Forschung, mehr Unterstützung der Zivilgesellschaft und vor allem Unterstützung für diejenigen, die angefeindet und bedroht werden. Ich will zum Ende meiner Redezeit noch drei weitere Orte hinzufügen. Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster. Die Namen dieser Orte sind verbunden mit brutaler Gewalt, mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Die Kindesmissbrauchsfälle verpflichten uns zu mehr Kinderschutz in allen Bereichen. Wir brauchen starke Netzwerke im Kinderschutz vor Ort. Wir werden die Polizei technisch und personell optimal ausstatten. Und lasst uns eine kindgerechte Justiz und Verwaltung schaffen, damit Kinder und Jugendliche gehört und beteiligt werden. Jedes Kind hat das Recht auf eine Kindheit ohne Gewalt. Dafür zu sorgen, liegt in unserer Verantwortung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin leidenschaftliche Parlamentarierin. Ich möchte die Zukunft gestalten. Ich möchte, dass wir schwarz-gelb in die Opposition schicken und dass wir ab Mai Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Ich bitte um eure Stimme, weil ich gerne meine Erfahrung in eine neue, starke und selbstbewusste Fraktion einbringen will. Dafür bitte ich um euer Vertrauen. – Vielen Dank.